hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute ist wieder cash royal lieb dran folge 2 gegen man of cards und lord espion die wenn alle gleichzeitig die videos hochladen werden auch in alles verlinken wieder in der beschreibung ich hatte ja jetzt mal 8 euro 24 glaube ich glaube ich werde hier unten einblenden jetzt fangen wir mit strahlende sterne an jetzt mal hatten ja silberne sturmündiger mal gucken wir fangen gleich an rolle beschützt sie schon so fangen wir mit den schämen art work ja strahlende sterne den ersten gut geht euch den hier wenn der fokus mal will so da war eine schöne sicher energie ok vorher fokus ein kuckabell kuckabell freunde aus gala mit der hübschen gloria die möchte in einem voll abziehen das so eine hübsche karte ist nebuna ein hukumi ein schinox was spielt ein bämon gold bett ein formio sieht fast wie das schein hier aus das hat sich schon gelohnt aber unten einblenden wie viel die kosten wie viel wert die sind geil die karte habe ich noch gebraucht centia und flamara schön wo mit centia freue ich mich auch wenn das gesicht nicht so gerade aber weifu ist weifu nice das hat sich schon gelohnt so ich glaube ich alle die kurs hier viel spaß damit so eine fauster marke ein blimbering ein schelabel pokémon regende handschuhe anbieter in der lektik ristler der euro bar mini kaum salat klicke klack wie was in einem luxtra mit dem gewitter im hintergrund so gut nehmen wir zum schluss erstmal das schämen art work ups nicht so schüchtern mein freund so viel spaß mit dem kohot hier den voll netzten genutig so da meine schöne pflanzen energie ok wasser fokus ein hippa ball ein tropios ein pilzer pup ein pico schiller ein papanze ein schnäppchen ein nassknäppchen der dende kubo in wie was in einem ein pico sanon holo so letztes pack jetzt packt mich schick mit dem gott der pokémon und gönnt euch den letzten code hier meine freunde so da haben wir eine schöne pflanzenergie jetzt aber ok kampf ein quartel wenn der fokus mal will fokus hallo danke ein doppelturbo energie voluminas ein pp ein kikogi und kere dunkel und krebs kurz grütt und wir wissen dann haben wir ein maxax noch ein holo macht ja nix hauptsache die zwei hüpfchen gezogen das flammare und sind ja ehrgeiz weifu nice ich hoffe es hat euch die zweite folge gefallen bis zum nächsten mal